willkommen mein name ist ein nero lp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei megawand x8 wir stehen hier gerade vor dem höllenraum und ja lasst uns besser nicht darüber reden ich will einfach nur hier durch ich will einfach erschaffen da muss doch irgendwie zu schaffen seien verdammter dreck soll ich bleibe hier aber vielleicht nicht so gut ich habe ich habe da sogar überlebt ist aber das schlimmste ist das schlimmste ist dass ich immer zu dieser kacke stelliert zurückkomme und diesen ganzen verdammten metall versucht werde ich brauche ich habe das noch nicht ohne weise ich hasse wieso warum warum existiert dieser ernster gesammtes spiel es war uns sehr eingebaut werden warum herrnster fangen wir haben zu weisen und direkt falls bitte was so ein teufel ich schaffe den raum nicht ich kriegte nicht hin was soll denn da habe ich zwei parts hier in diesem verdammten raum umhängt er darf doch nicht wahr sein kann man auch so einen raum hier einbauen wer ist mit einem schweren schwächkeitsgrad sprich geworden ich habe ihn nicht so schweben in erinnerung gab ja schon was hier vor verzweiflung gerade wer findet so was man wieder raus lass mich komm mal mein gott kann jetzt schon vergessen ich schaffe den ich habe den ich anders ich muss darauf vertrauen irgendwann gegen wald weil muss anstelle dieses raums wir auftauchen und er muss dann dann schaffe ich den raum nicht geht einfach nicht und bei der sonde unsichere bewegung hier welche mache nein ich hatte es doch jetzt ich hatte es doch jetzt ich hoffe nicht mal die erste welle mehr oder weniger darf nicht wahr sein warum ich so metalle ich gehe da noch mal rein ich krieg dich noch ja ich weiß ich weiß ist gut man so eine kotze ich weiß nicht was ich hier noch sagen soll ich hänge wahrscheinlich jetzt hier eine stunde lang an diesem partner wollte eigentlich nur eine stunde aufnehmen werde noch viel länger das war einfach zum ziel und für die unwahrscheinlichkeit dass wir dieses mal schaffe für einfach nur schafft alter scheiß auf die metall ja kann zu hoch und recht behaupten dass ich auch die metall scheiß mann so ein dreck ich habe in der kugel getroffen dieses warschaft hätte nämlich nicht wesen vor dem raum schmeißen können ich meinen ernst als jedes mal dieses scheiß hier machen jetzt noch muss ich die ganze schalte hier noch mal das ist so richtig dieser zu ich wollte eigentlich nicht so ein let's player sein der die ganze zeit umregt aber das spiel macht es mir nicht einfach gerade er ist ja nicht möglich aber das ist ein bisschen ungefähr weil ich wäre immer noch sehr ist der raum gerade kleiner geworden oder bin ich mir nur ein meine bewegungen werden aber sicherer jetzt kommt hier langsam weil hier zu auswendig fällt mir nicht nein 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 mann ich hatte es doch beinahe ja du mich auch ich habe den raum geschafft ende da hat man ich hatte es doch beinahe alter ich darf nicht links sein links ist der tod aber ich kann mein gehirn aber nicht konzentrieren so eine hektik da jetzt aber jetzt schafft dann aber kommt schon der raum ist weg und so so eine rotze jetzt weiter geht werde ich noch gut in dem spiel das war schon fast auswendig wo ja alles kommt das macht mir angst jetzt geht gleich wieder da auch los nein ja ich muss dazwischen in der mitte in der mitte in der mitte bin ich sicher was genau gesehen denn dann bitte bin ich sicher so noch was ich mache das jetzt so lange und dieser schafft wenn mich das fahrt trotz ich habe diesen ein schild von damit hier durchfragen kann war das nicht normal dann ist ja nicht so als wäre die level danach vorbei geht noch eine ganze ecke weiter danach super jetzt gibt es ja der haus ich habe okay ich habe vor zwei sekunden gesagt dass ich das mache aber ich halte nicht aus ich krieg voll ich krieg von den krebs hier von ernsthaft wir machen ich ja denn wie sich irgendwie anders ausdenken können warum es hat so eine kacke sein okay fassen wir zusammen wir haben in diesem park nix erreicht super da sieht man da waren sterne ja also ich kann ich habe keinen bock ja tschüss